Sollen wir noch mal mit dem... Ach komm, wir reden noch mal mit dem Lerner. Ja klar, sorgen wir dafür. Also bitte. Hey. Da ist noch ein Familienfoto. Also das mit ihren Hallos könnte uns echt noch zum Verhängnis werden, muss ich sagen. Wenn die LSD nimmt, dann ist sie am Arsch. Okay. Jetzt wird's übel, glaube ich. Jetzt wird's übel. Jetzt kommt der Morgen so langsam. Sonntag. Michonne hat immer noch nicht verdaut, dass ihre Kinder wahrscheinlich tot sind. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Sam? Du musst gar nichts sagen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sag einfach, was er dir bedeutet. Ja. Okay. Ich gebe dir einen Moment. So was ist immer schwer. Und vor allem, die sind alle noch eigentlich Kinder. Ich weiß nicht. Jetzt machen wir jetzt mal mit der Crew. Ja klar, dafür kämpfen wir auch. Die sind auch noch klein. Ja, normal existiert nicht mehr. Normal ist das hier und jetzt. Das ist egal, solange sie zu uns hält. Ich werde euch beschützen. Wir müssen, wir dürfen keinen mehr verlieren. Wir werden die Kinder beschützen. Auf Teufel komm raus. Das ist unsere Pflicht. Genau. Wenn sie daneben schießen, sind wir so oder so am Arsch. Die soll bloß nicht drüber nachdenken, daneben zu schießen. Es wird Zeit. Dunkels Opfer. Also ihr seht jetzt wahrscheinlich so ein verpixelter Trophy auf Ploppen. Aber in der Aufnahme für YouTube ist das schon sichtbar, was das ist. Also, keine Angst. Da ist nichts verpixelt. Da ich habe die YouTube Aufnahme, sehe ich ja gerade. Seid bereit zu kämpfen. Dann geht's jetzt los. Auf in die finale Schlacht. Normals alleine. Wo ist die Crew? Wo ist Pete's Crew? Ja, das sagst du. Ich trau dir nicht über den Weg. Alte. Die Crew ist weg. Die Crew ist weg. Sunked in die Wasser. Wie... Alles, was ich gebaut habe. Du und ich... Wir haben beide genommen von den anderen. All ich jetzt will, ist mein Bruder zurück. Ich bin sorry für was er hat. Das ist alles. Und ich werde dich sein. Ich werde dich sein. Meine Leute zu dir. Erst. Ich werde dich an meinen Freunden geben. Ich werde mich an meinen Freunden geben. Nach allem, was du getan hast. Du erwartest mich einfach an deinen Freunden geben. So wie das. Wichtiges. Wichtiges. Wir sind vorsichtig. Ein Show von guter Vertrauen, dann. Das ist möglich. Okay. Jetzt sind wir mal gespannt. Boah, scheiße. Oh. Jetzt sind wir mal gespannt. Boah, scheiße. Oh. Oh, oh. Das wird echt böse. Wir müssen pokern. Wir müssen zeigen. Wir dürfen auch nicht verlieren. Randall, bist du okay? Oh. 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 Das war ja zu viele. Sex. Ich schreibe. Ich habe mich an Sex gemacht. Und ich bin kein Executiver millennials. Möchtest. Nein, es gibt noch mehr Gewiss, die haben auch gegeneinander. Ja, es gibt noch zwei Fahr интерflug. Nein, nein, nein! Fack! Glück! Ich wusste, dass wir sie nicht glauben können. Nein! Bleib doch! Bitte! Hör ihn nicht! Wenn du nichts machen willst, dann müssen wir! Das ist nicht dein Geil! Wow, sie haben mich gut getroffen. Ja, leider. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir haben jetzt unsere Leute wieder. Zum Haus! Komm, komm, komm! Komm, 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 komm! Scheiß drauf, wir müssen sie erschießen! Komm! Boah, scheiße! Die Halos, das ist jetzt kacke! Was war das jetzt? Was war das jetzt? Fucking, das ist normal! Komm, komm, komm! Komm, 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 komm! Nixa, du kriegst uns nicht klein, du dumme Irre! Du Pseudo-Tante, kriegst uns nicht klein! Komm! Komm! Wow, du Psycho-Tante! Warte! Erst... Erst muss nochmal dran glauben! Jetzt geht's rund, du... Hexe! Jawoll! Fats! Nix erwarte! Lass... Lass... Ne, wir lassen sie in Ruhe! Wir lassen sie echt in Ruhe! Weil Magnetix sind! Ja, weil Magnetix sind! Ja, weil Magnetix sind! Ey, sie wollte uns platt machen! Wir bezahlen nur! Auge um Auge! Sie hat uns eingesperrt, sie hat uns gefesselt, sie hat uns gefangen gehalten! Komm, komm, komm! So schaut's dem nicht aus. Boah, scheiße. Nein, 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 ich schau nicht.